Wie geht ihr in der Woche? Ich bin gerade in der Nacht aus. Jetzt ist ... … hier los. ... und ... ... hier ist die Vierstückstatte und da ist alles weg, der schnell in der Stadt zu baust. So, das ist dann von meinen Smokern. Ich hab mir zwei E-Sports-Maps gekauft Das ist ein kleines Mal, das ist ein kleines Mal. Oh Ja, liebe Unterfreunde, das ist noch ein alter Schweizer Traktor für Limann. Aber dieser hier ist als Schweizer Tötigung Jahrgang trage ich noch, ich denke so 1950, 1960. ist noch ein anderes, was ich schaffte, ich möchte in die Lippe, die ich befreue. Ich habe die Lippe, die Lippe und die Lippe und die Lippe und die Lippe und die Lippe. Kupfer So, jetzt weiss ich es. Der hat den Jahrgang 1964. Aber wie viel PS weiss ich nicht. Ich schätze, so 40. So, hier haben wir eine kleine Kiste. Alles Birkenholz. Gut für meinen Smoker. Und hier noch eine Kiste Akazie. Soll auch gut sein im Smoker. Ich persönlich bin nicht so überzeugt, dass Holz schmeckt. Reicht nicht so gut. Nicht schmecken, reichen. Im Gegensatz zu Birken. Das schmeckt schon als grünes Holz gut. Und weg ist er. Halb zwölf, Samstagmittag. Fertig Arbeit für Bauer Hause. Jawohl. Ja, natürlich ganz fertig noch nicht. Die Kisten stehen halb auf der Strasse. Die müssen jetzt noch gerade mit meinem Farmi Hecklader und dem Samen rein transportiert werden. In meinen Lagerraum. Jawohl, das muss ich noch machen. Okay, natürlich noch mal. Jetzt eingesto ich mal. Vielen Dank.